3,10 Meter, Spannweite hat der Flieger, 20 Kilo wiegen die. Das ist der Kronkunstflug vom German Aeromatic Team. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wir begrüßen auch einen Luftballon, der hier vorne fliegt. Der Bild ist so stupid, so why should I? That I love to make love to you, baby. So many ways wanna touch you tonight. I'm a big girl, got no secrets this time. That I love to make love to you, baby. Das ist schon synchron, einsame Spitze, muss man sagen. Da muss man gemeinsam sehr, sehr viel üben. Das ist das Anzug, das macht die Ziele perfekt. Es gibt ja immer so Entwicklungen im Modellflug, Philipp, es gibt ja so Jahre, da kommen Sachen irgendwie in Mode. Ich kann mich erinnern, als die Jets, die ihre Nachbrenner kriegten, das sind so LEDs, das kam auf einmal, da sagte man, da flog keiner mehr ohne Nachbrenner, ne? Das ist richtig. So, und mittlerweile sind auch an den Kunstflugmaschinen teilweise Pyrotechnik dran oder man hat sie hier im Wohnen, aber guck mal, wie die sich wunderbar hier hinstellen. Die Jungs sind richtig gut, was sagst du? Die sind sogar sehr gut. Das ist genau, wie du sagst, da sind die Stunden, die von Stunden, von Tränikensland, von Tassou liegen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020